Willkommen zum Tutorial zur Comdex-App, einer Videx-App, die die wirklich flexible, elegante Einstellung von Videx-Hörgeräten ermöglicht. Die Comdex-App ist kostenlos und für Android- und iPhone-Geräte auf Google Play und im App Store erhältlich. iPhone-Nutzer können die App auf einer Apple Watch installieren, für die einfache und schnelle Hörgeräteinstellung direkt am Handgelenk. Android-Nutzer können für schnellen Zugriff ein Widget auf den Home-Bildschirm setzen. Für die weitergehende Nutzung und zwei mit Comdex verbundenen Mobiltelefonen empfehlen wir dringend die Comdex-App nur auf einem Mobiltelefon zu installieren und dieses Telefon zur Einstellung der Hörgeräte zu benutzen. Suchen Sie Videx, um die App auf ein Smartphone zu laden und zu installieren. Starten Sie die App, indem Sie auf das Videx-Symbol auf dem Home-Bildschirm des Telefons tippen. Wie bei jeder anderen App auch. Die App hat drei Hauptbildschirme, Klang, Programm und mehr. Klang. Zur Lautstärke-Einstellung des Hörgeräts tippen Sie auf die Lautstärke-Schaltfläche. Um die Lautstärke zu erhöhen, tippen Sie auf die Schaltfläche Plus. Um die Lautstärke zu verringern, tippen Sie auf die Schaltfläche Minus. Zum Stummschalten tippen Sie auf das Minus, bis es aufleuchtet. Zur Aufhebung der Stummschaltung tippen Sie auf Plus, bis der gewünschte Lautstärkepegel erreicht ist. Die Apple Watch hat eine Stummschaltfläche, mit der Sie Ihr Hörgerät stumm schalten können. Zum Deaktivieren der Stummschaltung tippen Sie auf Plus. Programm. Tippen Sie auf Programm, um zum Bildschirmprogramm zu gelangen. Im Bildschirmprogramm können Sie zwischen Programmen im Hörgerät umschalten und die Schallrichtung im Fokusmodus wählen. Tippen Sie auf das Programm, um zwischen Programmen in den Hörgeräten umzuschalten. Ein langer Druck auf nächstes Programm aktiviert den Zen-Plus-Modus, falls dieser vom Hörgerät unterstützt wird. Anschließendes kurzes Antippen wechselt zwischen Zen-Plus-Modi. Mit einem langen Druck gelangen Sie wieder zurück zu Normalprogrammen. Zur Änderung der Schallrichtung im Fokusmodus tippen Sie auf Richtung wählen. Dies öffnet den Bildschirm Richtung wählen. Sie können hier unter vier Fokusrichtungen wählen. Vorne, hinten, links und rechts durch einfaches Antippen. Zur Rückkehr zur Standardprogrammeinstellung tippen Sie auf Home mitten im Bildschirm. Um zum Hauptprogrammbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf den Rückwärts-Pfeil Mehr-Optionen. Die Comdex-App bietet Ihnen noch viel mehr Optionen. Tippen Sie auf mir. Für Hilfe und Support tippen Sie auf Hilfe. Im Hilfe-Bildschirm haben Sie Zugriff auf Benutzungsassistent, Verbindungsassistent, Videoassistent. Informationen zu App und Gerät. Tippen Sie auf Status, um den Comdex-Akkustatus zu prüfen. Tippen Sie auf Einstellungen, um die App-Einstellungen zu ändern. Hier können Sie den Standard-Hilfe-Text auf dem Bildschirm deaktivieren. Oder aktivieren Sie die Zen-Plus-Hilfe auf dem Bildschirm. Suchen Sie den nächstgelegenen Hörgeräte-Akustiker. Tippen Sie auf den Shop-Finder und wählen Sie ein Land. Manchmal kann es erforderlich sein, die Position des Hörgeräts zu prüfen. Hierzu müssen Sie kein Foto im Telefon speichern. Tippen Sie einfach auf den Spiegel. Richten Sie das Objektiv des Mobiltelefons auf das Hörgerät. Frieren Sie das Bild ein, indem Sie den Bildschirm an beliebiger Stelle antippen. Tippen Sie nochmals, um das eingefrorene Bild wieder freizugeben. Für die erstmalige Nutzung der Funktion muss die App Zugriff auf die Kamera erhalten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.